Es war ein großartiger Kampf gegen die Konditionen, die Reine und viele Dinge. Es war ein sehr schweres Rennen. Es war windig, es war kalt, es war weiblich. Es war ein super tolles Rennen für uns. Für mich waren meine Brüder noch nicht so frisch. Ich habe also entschieden, dass ich voll für Seba fahren. Ich habe alles gegeben, um die Gruppe zur Schlussfolgerung zu bringen. Ich habe alles getan, was ich konnte. Und ich hoffe, dass ich bessere Brüder am Sonntag. Ja, du warst in eine gute Position, aber du hast nicht den Fuß. Ja, ich war noch ein bisschen leer aus dem letzten Freitag. Ich habe drei Renn-Day-Rennen in einem Rennen. Und ich habe jetzt nicht volles Rennen. Aber ich denke, dass ich jetzt noch mehr Tage habe. Und es wird gut für den Sonntag. Du magst diesen Tag? Ja, aber es könnte 10 Grad kleiner sein und es wäre besser. Danke, Pascal.